Das historisch bekannte steckbare Bücherschranksystem Glob-Wernicke wurde Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt. Zahlreiche Ergänzungen wie Kleiderschränke, Sekretäreinbauten, Türen, Konferenztische, Sitzmöbel und Schreibtische in verschiedenen Kombinationen sind unter anderem möglich. Die Pfeilbinderelemente sind insbesondere für DIN A4 Ordner geeignet. Untertitelung des ZDF, 2020 Book-Elemente sind für Bücher bedacht. Atlas-Elemente eignen sich für Atlanten, große Bücher oder andere Gegenstände, die viel Platz benötigen. Sie können uns gerne die Maße Ihrer Räumlichkeiten mitteilen, sodass wir Ihnen ein persönliches Angebot zukommen lassen. Schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie einfach an. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.